Okay, ich geh den Weg hier lang, okay? Ich wette, du hast da auch ne Druck. Drucker, blande. Ich gucke gerade, aber ich seh hier nur ganz viele Türen. Und ein Schalter. Weißt du mich? Ah, drück mal ein Schalter. Ja, da geht man... Waaaaah! Mati, hör auf! Wieso? Nein! Escape the Backroom. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Escape the Backroom, zusammen mit Fufu! Hallo! Ich bin der Kassierer in der heutigen Folge. Was wollen sie? Deinen Ausweis erstmal sehen, dass du wirklich Kassierer bist. Hier. Alter, verdammt, du bist wirklich Kassierer... Okay, welchen Film wollen sie sehen? Fufu, ich möchte davon gar keinen Film sehen. Falls ihr euch daran erinnert, wir haben bei der letzten Folge hier aufgehört, man musste hier durchgehen. Da war da so eine Arkad-Halle und dann hat einfach aufgehört. Jetzt gibt es neun, neun weitere Level, die Fufu und ich heute spielen werden. Sind sie schon alt genug? Verdammt, Fufu! Fufu, komm jetzt her! Kannst du dich bitte ausweisen? Ich glaube nicht, dass du alt genug bist hier. Oh mein Gott, hier. Oh Gott. Okay, wirklich Fufu, ne? Okay, fangen wir an, Fufu. Was sollen die Leute noch machen, Fufu? Kommentieren, abonnieren und liken für mehr. Perfekt, danke. Wir gehen rein. Oh mein Gott, ich bin so hyper, Fufu. Wir haben Monate gewartet darauf. Jetzt ist es nicht mehr ganz dunkel hier alles und schwarz. Ja. Boah, wie geil das aussieht. Jetzt ist es so normal. Es ist voll cool. Letztes Mal hat es einfach aufgehört. Jetzt geht es obviel weiter. Warte, sind wir nicht im Kino? Warum sind hier erstmal nur Spielhalle? Nein, 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 das ist ne Arkad-Spielhalle. Glaube ich. Kann man hier irgendwo... Wir können es bestimmt spielen. Fließ drüber den Puck. Okay. Warte, ich komme. Bum, äh. Bum, äh. Bum, äh. Bum, äh. Bum, bum. Ding, 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 ding. Ah, was hast du da gerade gemacht? Das sah so witzig aus. Man kann ja gar nichts machen. Das ist ja voll der Scam. Also, kann es hier hochgehen? Das ist wirklich... F, F, F in den Chat. Ja, F in den Chat. Man kann ja gar nichts machen. Ja, gut, dann sind wir halt gezwungen, jetzt durch diese tolle Tür zu gehen, ne? Hier ist ein Zettel, Fufu. Ähm, the code should be somewhere around here. Oh, der Code ist hier irgendwo. Kannst du irgendwo was eingeben? Der Code. Okay, wir müssen einen Code lösen. Okay, Fufu, achte. Sehr darauf, was wir jetzt machen müssen, okay? Wir müssen jetzt irgendwie... Hier sind es Continued 10, okay? Also eine 10, 10, 10, 10, 10. Die sind alle kaputt, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch einen Code. Der Code. Es gibt insgesamt neun verschiedene Tasten, die wir drücken können. Neun Stück. Boah, Mann. Das ist wieder so Rätsel-Mäzel. Jetzt müssen wir wieder hier... Oh mein Gott, ich habe es. 3, 7, 0. Das ist es bestimmt. Ich habe es da gerade gesehen. 3, 7, 0. Ja, ja, das wird... Das ist ein Stockwerk, 0. 3. Ne, gibt es nicht. Da muss es irgendwo hinten sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es muss da sein. Oh, Flipper. Wie so ein dreijähriges Kind. Oh, ich werde dir... Oh, 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 oh. Ey. Irgendwas anderes. Wow. Man kann nicht... Fufu, ich habe Tickets aufgehoben. Yeah. Komm her, komm her zu mir. Ja, ehrlich gesagt. Ich komme, ich komme, ich komme. Das Ticket sagt 9, 3, 1. 9, 3, 1, Fufu. Komm mit. Ich komme. Ich kann mit dem Ticket was spielen. Das versuche ich jetzt ganz kurz. Ja, da könntest du vielleicht da, wo du Start drücken kannst. Spielst du schon? Ich spiele... Oh mein Gott, was ist die Spiele? Hä, was ist das denn? Ist das Pac-Man? Oh mein Gott, hey. Ich spiele Pac-Man, Fufu. 9, 3, 1 ist es. 9, 3, 1. Der rätsellösende Boss. Meine Ketten sind ice out, so wie das No Limit im Blinket meine... Hi. Hi. Okay, das ist anders als erwartet. Jokori, ich kann jetzt aufheben. Mit F. Ich habe immer noch Dings. Oh, ich muss das wahrscheinlich auswählen und dann reinpackt. Lass doch mal hochfahren. Oh, wir hätten wahrscheinlich doch spielen können. Kripp. Voll verkackt. Nächstes Mal. Mann. Was guckst du dir da gerade an? Du bist hier. Siehst du, da ist ein X. Okay, ja, da sind wir. Mhm. Und ich denke mal, wir müssen zu den Kisten links. Jeden Scheiterarm machen. Hä, das ergibt doch Sinn, oder nicht? Wir müssen jeden Scheiterarm machen. Also den Pfeilen hinterher. Also müssen wir rechts und dann links. The doors are locked from below. Okay, die Türen sind von unten herum geschlossen. Da hinten ist ein Herz. Oh, wie süß. Äh, bei don't like the light. Okay. Das sind Monster anscheinend, die kein Licht mögen. Aber ich würde noch ganz kurz sagen, wir gucken hier ganz kurz, ob hier noch was ist. Weil diese Türen sagt mir irgendwie... Obwohl, ich habe ein ungewöhnliches Gefühl. Durchgehen. Ah! Ähm. Gut, du bist da dann gegangen. Ich gehe hier durch. Ah, da komme ich nicht durch. Das ist ein No-Clipping-Boden, oder? Ja. War das das... Okay, der greift doch ziemlich weit. Ah, okay, okay, okay. Ich habe alles verstanden. Oh mein Gott. Diese Tür hier, die geht wahrscheinlich zu. Das heißt, das Monster kommt dann nicht. Und wir müssen da... Wir müssen... Wir müssen... Pufu. Ich habe... Wir müssen davor alle Dinge ausmachen, okay? Okay. Wo ist das Ampel? Die ist gerade auf gelb. Okay, orange. Ja, gelb. Grün. Grün. Durch, durch, durch. Und wie über den Boden? Ah! Ähm. Anderer Boden. Anderer Boden. Anderer Boden? Nee, das Monster kommt anscheinend nicht durch den anderen Boden. Ich versuche gerade vorbeizuspringen. Mann, oh. Ich versuche vorbeizuspringen. Hat nicht geklappt. Und das... Maxi! Hey, Maxi! Schau mal. Das war es nicht, du. Hey, na? Was ist Proximity? Hörst du mich? Geh mal weg. Ja. Ja. Oh mein Gott, das ist Proximity-Chat! Hey, wie cool. Ey, lass doch wieder spielen. Wir spielen sogar. Ja, wir spielen jetzt so. Hey, dann brauche ich den Walkie-Talkie. Hey, wie cool. Ich nehme Talkie-Walkie jetzt mit... Hä, das? Ah! Wo, 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 Mann? Hör doch auf! Warum machst du so laut? Ich schwöre... Mach bitte leise. Ich habe meine Ohren verloren. Alter. Redest du über Endgame? Ja. Okay. Ist das Eingangsverstärkung? Lass uns mal links lang. Okay, wenn die kommen, dann musst du Licht anmachen. Also Greenlight. Ja. Greenlight, don't stop. Go! Okay, wir gehen nicht runter, okay? Da ist ein Monster. Da ist kein Monster. Da ist ein Monster. Okay. Ich würde sagen, wir checken erstmal oben alles ab. Ich gehe rund. Ich auch. Ah! Wow! Verdammt! Nein! Also ich bin mir sehr sicher, dass wir die Stromschalter, die wir anmachen sollen und wollen, die kann man wahrscheinlich nur im Underground anmachen. Und alles hier ist abgeschlossen. Oder man geht über den Underground in die Zimmer. Und man muss halt den richtigen Gang. Ah, das kann auch sein. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier runter und versuchen in die Tour reinzugehen, falls da eine ist. Okay, warte, nein, 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 nein. Okay, ich gehe runter. Hörst du mich noch? Ich gehe über das Walkie-Talkie, Fufu. Hallo? Hallo? Ja, ich glaube, dann haben wir wohl Fufu verloren. Und dann springen wir runter. Wee! Oh, ja. Wo, wo ist es? Ah, hier ist die Tür. Die müssen doch... Okay, hier ist... Ah, okay. Aha. Wenn ich die Tür... Oh mein Gott, ja. Ich glaube, ich check's. Man muss die Tür hier aufmachen im Underground. Fufu? Ja, das kann nicht sein. Fufu liegt hier. Nein, 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 nein. Hold up. Du bist nicht, Fufu. Tschüss. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, dann müsste doch der Raum hier jetzt offen sein, oder? Nee, doch nicht. Doch. Oh mein Gott, ich hab's gecheckt. Ja. Fufu hört mich zwar nicht, aber Fufu... Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Hä? Ey, Jungs, hört mal auf jetzt, bitte. Weg. Aus. Oh, ein dunkler Gang hier. Oh, Fufu wieder. Oh, ich pack das nicht ohne ihm. Oh, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das ist so gruselig. Spooky, spooky. 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 Also, ich bin aber... Ich bin aber auch smart. Hä? Hast du das falsch gemacht? Egal. Okay, ganz kurz gucken. Ah, okay. Ah, ich hab jetzt zwei gelöst, aber ich will es mit Fufu machen. Wow. Fufu? Du bist so smart, Maxi. Ne? Wir kriegen das jetzt hin. Oh, guck mal. Also, Fufu, siehst du das? Du darfst nur nicht das machen, was ich mache. Siehst du, wir haben zwei Dinger schon gelöst. Alles bleibt dran. Ja, wir haben zwei Dinger gelöst. Jetzt müssen wir noch die anderen drei machen. Das heißt, wenn wir jetzt in den Raum reingehen, müssen wir auf der linken Seite uns halten. Da sind die letzten drei. Wenn es grün leuchtet, ich glaube, ich sterbe. Nein, nein, nein. Wenn es grün leuchtet, ich glaube, dann darf man gehen. Alter, dann darf man... Nein, 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 nein. Ich meinte, dann darf man nicht gehen. Dann ist das Monster... Doch, dann ist das Monster weg, weil ich bin als... Überrot, vertrau mir. Es war aber nicht das Monster. Okay, es war ein anderes Monster. Ja, cool. Hörst du mich? Macht walkie talkie an. Das funktioniert aber nicht. Hallo? 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 Da kann er lange warten. Oh, Mann. Hallo? Ich bin tot. Ah, hey. Ich würde sagen, du gehst runter, machst walkie talkie. Fufu? Hallo? Ich höre dich, okay. Ich lebe. Folge den Weg, Fufu. Du schaffst das. Fufu? Man, muss man immer hinterherkommen, oder was? Wuhu! Okay, okay. Fufu? Hallo? Warum hast du nichts mehr gesagt? Ich habe dich nicht gehört. Oh, da ist mein Freund, da ist mein Freund, da ist mein Freund. Nein, ah, 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 ah. Oh, der ist voll schnell, der ist voll. Ah, fuck! Ah, fuck! Ich hasse ihn! Mann, ich habe die Scheiß-Tür nicht zu bekommen. Hier, die habe ich aufgemacht gehabt. Siehst du? Okay, I got this. Fuck! Fuck! Easy, kein Problem. Ich habe gehofft, dass es explodiert. Oh. Ja. Hier bin ich eben gestorben, in dem Raum. Hi. Hallo? Hallo? Boah. Siehst du, jemand? Das ist ein Gesicht. Okay, wir müssen, glaube ich... Weißt du, wo lang wir müssen? Nach rechts. Sagt mein Bauch mir. Mein Bauch sagt mir einerseits immer, ich habe Hunger, aber andererseits sagt mein Bauch mir auch, das ist der richtige Weg. Wir können unendlich sprinten. Äh. Äh, warte mal, hier war ich schon. Warte, ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht sprinten. Wieso nicht? Wir können hier in Dauer... Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nein, 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 ich sehe ihn, ich sehe ihn. Okay. Oh, ich bin tot, ich bin tot. Ah, ich bin so angeküttet. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh. Waren wir hier schon? Okay, das haben wir... Oh, mein Gott. Äh. Aber das ist zu oft gemacht. Schon mal gut. Die Tür ist wichtig. Meine erste Tür. Ich habe die letzte Tür gefunden, die... Ja, wir müssen noch ein bisschen, ja. Ja, hallo? Hallo? Also, sie sind ganz... Oh, ich muss noch da wissen. Vorfahrt, Gewehren, da ist ein Shit. Stopp, Dings. Ach, keine Ahnung, ich shit die nicht. Ich gehe jetzt runter und versuche zu laufen. Wünsche mir Glück. Ich wünsche mir Glück. Kann sein, dass er tot ist. Wir müssten auch rein. Okay, in die Richtung. Oh, mein Gott. Fufu, lauf doch nicht so auf mich zu, verdammt. Ich dachte, ich bin tot. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Nein, er ist drin. Oder? Nee, das ist richtig. Ey, aber er war... Ich habe ihn gerade da gesehen. Den Raum müssen wir... Perfekt. Wir müssen nur noch die letzte Tür. Jetzt müssen wir hoch. Ich habe fast seine Arme durch die Tür gesehen. Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Hier. Vor Angst, vor Angst. Ich kann nicht... Oh mein Gott, ich habe ihn in die Hose gemacht. Ich habe ihn in die Hose gemacht. Scheiße. Ich habe ihn in die Tür gefunden. Ich komme. Ich brauche ein bisschen. Bist du schon da? Ja, ich bin da. Letzte Tür. Mach das. Komm mal, ein Bett. Komm alles auf grün. Wir können zurück, 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 zurück. Und jetzt ist das Monster, Monster weg, weg. Äh, ich weiß es nicht. Hallo? Hier lang, hier lang. Was weiß denn das, Fufu? Aber glaubst du, dass es weg ist? So, jetzt, Fufu. Zack. Siehst du? Und Tor. Oh. Oh, lauf durch. Das geht wieder auf. Was? Da hast du wieder aufgemacht? Nee, das geht immer auf. Er springt hier durch. Äh. Easy, du kannst uns gar nichts. Aiden. Aiden. Warum fahren wir immer nach oben? Oh nein, wir sind im Hotel, Fufu. Ah, hier geht's das breit. Aber das Hotel war noch immer an... Warum zur Hölle ist so viel Wasser hier? Oh mein Gott, Fufu. Wie Wasser. Ich weiß nicht, aber ich hab hier so ne Tippmaschine. Schau mal hinter dir. Hallo, Freunde. Wie geht es euch? Hä? Wow, wie viel? Nimm ein bisschen mit. Okay. Oh mein Gott. Wie soll ich das? Fufu, pass auf, wir müssen das Rätsel lösen. Du sagst mir jetzt, welche Tast ich drücken soll, okay? Die erste Reihe ist drei. Ja. Dann sieben, dann fünf und dann zwei. Haps. Uh. Tür ist offen. Ah, ach so, das war für die Tür. Da ist ein Exit. Ah, cool. Exit ist immer gut. Yay. Oh nein. Lade-Screen in Lade-Screen, okay. Okay, wir haben die unzählige Tür wieder. So, wir haben... Oh, guck mal hier, wie schön das aussieht. Meg. Oh, das war ne Tast für Gewicht. Hinter uns geht die Tür auf. Required 350 LB. Theoretisch, wenn wir springen würden, würden wir die erreichen. Fufu, du wiegst so viel. Bleib drauf, du machst die Tür nämlich für mich auf. Okay. Danke, Tür geht auf. Bin durch. Tschüss. Ciao. Hol walkie-talkie raus. Hallo? Ja. Okay. Ich geh den Weg hier lang, okay? Ich wette, du hast da auch ne Drugebladde. Ich gucke gerade. Aber ich seh hier nur ganz viele Türen. Und... Ein Schalter. Erste mich? Aha, drück mal ein Schalter. Ja, da geht was... Waaah! Mach Tür auf! Fufu! Nein! Fak! Waaah! 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 Wieso gehst du von der Platte runter? Waaah! 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 Dun 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 dun! Da lang!? Okay. Dun 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 dun. Ah, okay. Was ist das hier? Ich hab ne Kettensäge! Kann ich das Auto da kurz zerstückeln? Wo ist das Monster? Wo ist es? Komm her, Junge! Hah! Lose kaputt mache ich dich kaputt! Trau dich, Pussy! Dun dum dun 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 dun. Fuu, laufe in die Richtung! Glocke sahen! Los! Ach! Das ist doch falsche Monster! Ah! Warum ist das so schnell? Ich bin tot. Verdammt. Hat nicht funktioniert. Okay, wir müssen weiter, Fufu. Ich glaube, wir müssen durch diese Tour. Wir haben unsere ganzen Items verloren, ne? Was ist das hier? Vielleicht ist ja hier direkt ein Save-Point. Es ist kein Save-Point, Fufu. In dem Fall habe ich mich erwartet. Hast du eine Taschenlampe? Nö. Auch nicht. Wozu habe ich die Kettensäge, wenn sie nicht mehr funktioniert? Die Kettensäge funktioniert nicht, Fufu. Ich habe versucht, das ging nicht. Warte, ich gebe dir. Ja, versuch mal, Grotter. Komm her. Mach's kaputt. Komm her. Verstücke es, Fufu. Es klappt nicht. Ich habe es doch gesagt. Es funktioniert nicht. Ich weiß, wie. Andere Richtung. Ja. Ich dachte, ich habe es doch gesagt. Geh, geh, geh. Oh, ich check's. Schneller. Schneller. Es kommt. Mach hin. Mach hin. Fufu, wir sind tot. Wir sind tot. Waaah. Lauf. Ah. Nein. Nein. Ich zuck's jetzt einfach. Oh mein Gott. Bei dich, bei dich, bei dich. Schnee, 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 schnee. Schneller. Schneller. Lauf, 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 lauf. Okay. Lauf, 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 lauf. Wohin? Den Weg lang. Den Weg lang. Hören. Ich bin stark. Ich bin stark. Oh mein Gott. Cool. Die sind doch gemein. Okay, los, 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 los. Schneller. Achte darauf, gleich rechts zu bleiben. Achte darauf, den Türen auszuweichen. Ich geh runter. Ah. Oh mein Gott. Noch eins. Aber noch eins. Komm schon, komm schon. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Jetzt rechts bleiben, ne? Okay. Wir gehen runter. Und. Und wo lang? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die? Maxi. Ja. Falsche Seite. Nein. Nein. Ich bin falsch auf die Seite gelaufen. Ich musste den Weg dann. Okay. Links, 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 links. Rechts, links, rechts. Höh, höh. Haha. Ja, rechts, links. Uh. Nein. Ich glaube nicht. Okay, hier lang. Ah. Dann links halten. Sie ist abgeschlossen. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Nein. Ich hasse. Das macht doch so sehr. Nein, gar nicht. Fufu, ich check den Weg nicht. Warte kurz, warte. Mach schon mal. Alles gut. Komm mal. Ja, komm nach. Einfach. Ich bleib, glaube ich, mal diesmal oben. Fufu, ich glaube, ich bleib oben diesmal. Da war ja noch ein Weg, weißt du? Okay. Füß. Oder glaubst du mal oben lang? Ja, ja, ja. Jetzt hier links lang laufen. Ich darf links lang. Sorry. Ja. Ich glaub. Hier so lang. Hi. Und geklappt? Ne, da war falscher Weg. Die Treppen, die sind's bestimmt. Ich kann nicht schneller laufen als das, was ich hier mit meinem Beinchen schaffe. Und wenn ich's nicht schaffe, dann ist das einfach unfair. No. Wow. Verdammt mal. Wie soll ich das machen? Wo muss ich lang? Da sagt irgendein Brie, irgendein Brie, sagt Hey an der Tür. Aber lässt mich nicht rein. Wo muss ich? Ich war die ganzen Treppen, bin ich nach unten gelaufen. Ich weiß nicht, wo lang. Das kannst du bei dir, ne? Ja. Und hier runter? Sind wir dumm? Beide sind Fehler gemacht. Ich weiß, du springst runter. Ah, nicht ohne mich. Ich kam mit. Hallo, ich hab's gehofft, das ist ein Shortcut. Aber ich bin ein bisschen langsam. Musst du sprinten. Ich hör's schon. Warte, hier lang. Ich bin tot. Fufu hat mich verwirrt. Huh. Fufu. Ja. Maxi. Maxi. Hallo? Maxi. Dein Opfer wird nicht vergessen. Ja, wenigstens hat es Fufu geschafft. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Wir sind wieder zurück, Fufu. Ey, das war aber auch stressig. Das war voll. Kacke. Wirklich. Akku ist ein Zettel. Okay, okay, okay. Bevor wir das jetzt machen, würde ich sagen, das war's erstmal mit der ersten Folge. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde gerne mal Fufu verbauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann in die tagebare zweiten Folge. Bis dann. Ciao.